So Leute, und da sind wir auch schon wieder zurück bei YouTubers Live. Hallo Claudia, wir sind zurück. Maddy geht jetzt gerade sonst wohin, das ist schon mal okay soweit. Jetzt müssen wir gucken, was sind die anderen? Was können wir mit denen machen? Ähm, wir haben jetzt schon unsere neuen Mitarbeiter eingestellt, der hier in der Ecke tanzt. Hoffentlich können wir jetzt noch ein Video aufnehmen. Ähm, hier hatten wir überhaupt schon irgendwas in Walkthrough gemacht. Jetzt kann er mal ein Gameplay-Video dazu machen. Ach, und weil er tanzt, war es das dann auch schon wieder. Das ist schlecht, das ist schlecht. Alfredo, ähm, du kannst von mir aus auch gerne ein Video von einem 3DS-Ding aufnehmen. So. Fortsetzen, Stereo-Aufgabe, das hier. Und er soll es selber machen. Holocamp, vielleicht ist das extrem zu viel. Wir sollten mal hiermit anfangen, passt schon. So. Was haben wir denn also momentan als Aufgaben? Nix großartig weiter, soweit. Maddy ist gerade auch wieder nach Hause gekommen, sollte auch mal ein Video aufnehmen. Und zwar ein PC-Game am besten. Haben wir irgendwas gerade aktuell da? Ne, muss ich neue Spiele kaufen. Das vielleicht noch. Geht hier irgendwas? Gameplay-Video da. Ich habe Arbeitsplatz 2 nicht ganz ausgebaut. Okay. Moment, Moment, Moment. Wo sind wir denn jetzt? Und wo ist unser Arbeitsplatz 2? Oh, die Villa ist riesig. Hier muss ich jetzt erstmal nochmal klarkommen. Also wir hatten da Arbeitsplatz 4. Aufrüsten. War das der? Mal kurz gucken. Und wir müssen gleich schlafen gehen. Mist, 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 Mist. Ja, gibt noch viel zu tun. Wir müssen ja versuchen, immer mehr... Ah komm, lauf doch mal. Immer mehr Views zu bekommen. Immer mehr Dings. Schauen wir mal. PC World. Muss der noch aufgerüstet werden? Nein, das war er nicht. Definitiv nicht. Gehen wir mal nach oben. Und warum hier unten so eine lila Gitarre ist, keine Ahnung. So, aufrüsten. Ja, ich weiß. Ich verliere Abonnenten. Ich muss weitere Videos machen. So. Da. Zack. Uh, teuer. Egal. Wir upgraden jetzt alles. Zack. Zack, zack, zack. Das geht so ins Geld. Aber dann ist der PC auch endlich fertig. So, kaufen. Ja, erinnert dich dran. Bla, bla, bla. Geh erstmal schlafen. Sie geht jetzt sowieso, glaube ich, schlafen. Okay, Metti hat ein Video fertig. Nein, sag bloß, wir können nicht draufklicken. Achso, wir müssen... Zeige das Ergebnis des Videos. Bla, bla, bla. Na, toll. Das hat natürlich kaum Wert. Egal. Und das ist bei dir. Zeige das Ergebnis des Videos an. Uh, das räumt nochmal richtig auf. Mh, hochladen. Und dann sollte ich mal gucken, dass ich ein paar Spiele verkaufe, die nichts mehr wert sind. Ach, das läuft momentan richtig gut. Okay. Dann für die Zieh. Tendenz sinkend. Verkaufen. Verkaufen. So, was haben wir noch hier? Das ist gleichbleibend. Auch nicht mehr der Knüller. Emo-Stars. Verkaufen. Weg mit dir, Emo-Stars. Äh, so. Das war für die Hyper-VG-System. Läuft noch auf demselben Schema. Das hier ist stark gefallen. Äh, schlafen gehen, schlafen gehen. Okay, aufnachen. Und danach können wir was essen. So, Matti. Videoaufnehmen. Für Zeit. Da das jetzt momentan so gut läuft, da kann ja jetzt jeder sein Video aufnehmen von. Gameplay auch da starten. Äh, kann sie ruhig an dem PC machen. Vielleicht mal einen Ticken besser. Und fortfahren. Scheiße. Und Matti tanzt immer noch. Wo ist der andere? Oh nein, sagt bloß, der tanzt gerade auch rum. Videos aufnehmen. Mal gucken, ob da auch was geht. Gameplay. Scheiße. Geht natürlich nicht. Sie dürfen nicht tanzen. Das haut mir die Abos runter. Was soll's. Dummes Spiel. Weg damit. So, nun sind wir wieder dran. Das ist gut. Spiel auswählen. Achso, können wir auch gar nicht, weil... Wir müssen einkaufen. Wir müssen shoppen. Wir brauchen ein neues Spiel. Los geht's. Was steht so sonst im Kalender an? Hm, nicht wirklich viel. Achso, wir müssen warten, bis jemand... Äh, okay, alles klar. Haben wir sonst einen freien PC? Einkaufen. Mitti ist aber eh gleich fertig, soweit. Äh, die Karten brauchen wir auch nicht editieren. Wir kennen das ja als ein Bug, dass das da oben angezeigt wird. Ah, schade. Ich hoffe, die fixen das alles bald so ein wenig. So, okay, also. Amazing On. Okani. Geil. So, top Bewertung. Wir wollen welche, die am Laufen sind. So wie das hier. Für die Playstation 2. Hm. Das sinkt auch. Oh, das kommt immer noch sehr gut. Weil ein Dull-PC können die alle benutzen. Dann jeder für sich. Okay. So. Kaufen. Das solltest tun. So, Matti ist fertig. Sehr schön, Matti. Das laden wir jetzt hoch und du hast direkt weiter ein Video aufnehmen. So, solange das läuft. Wie immer. Ähm. Arbeitsplatz 2. Und fortsetzen. Ist alles voreingestellt. Ja, sehr schön. Und das dritte Gameplay. So, öffnen. Unboxing habe ich gerade keinen Bock drauf. Öffnen. So, und mit dir nehmen wir jetzt ein Gemeinschaftsprojekt auf. Was ist das denn? Öh. Äh, Moment. Das ist noch nicht im Regal, das neue. Oder? Es war noch nicht ganz drin. Alles klar. Manic Unicorn. Alles klar. Sehr schön. Nein, das machen wir am Arbeitsplatz 1. Unseren Arbeitsplatz. Und wir brauchen eine Stereo-Ausgabe. Wir nehmen diesmal, damit wir am Ende der Folge noch ein bisschen Bearbeitung haben, die 4K-Auflösung. Und gucken mal, wie sich das dann ergibt. Los geht's. Und unsere anderen beiden Mitarbeiter, die sind momentan, naja. Ihr wisst Bescheid. Hängt fest. Und, ja, tanzen darunter. Ich muss mal gucken, gleich wahrscheinlich kurz einen Cut machen, gucken, ob es vielleicht ein Workaround dafür gibt. So. Äh, die lustige Begrüßung passt super. Dann haben wir eine, das nicht passt. Naja. Sehr schön. Wir haben ja immer noch den Cowboy-Hut auf, lol. Okay. Das war klar. Okay. Warum haben wir so unpassende Dinger? Ähm, äh, äh, auch mal hier, was sagt meine Stimme? So. Das passt gut. Hier bräuchten wir das da, weil es sich verdoppelt. Bam. Oh, ja. Wir wollen ja gute Punkte haben. So, zack. Das haben wir auch. Jetzt müssen wir das nehmen. Haben aber kein FX-Dings gehabt. Okay. Und dafür reichen uns die Dings nicht mehr, die Punkte aus. Tja, das wäre das Video gewesen. Äh. Ah, das Lange wird sich probieren. Blablabla. Warte mal kurz. Schnell editieren. So. Wir brauchen die ganzen vielen Punkte. Das da rein. Das können wir dann, ähm, da hinsemmeln. So, dann haben wir ja hier wieder ein paar Sachen, die wir reinmachen können. Was nehmen wir noch? Das hier. Das passt so gar nicht. Mist. Was soll's? Was sollen wir machen? So, jetzt haben wir noch jede Menge Punkte über. Da können wir jetzt noch reinhämmern in das da und in das da brauchen wir ein bisschen. Und wir sollten vielleicht noch hier etwas reinmachen und in das blaue noch was rein. Und dann können wir hier nochmal den weichen Fokus verbessern. Und das war's. Und rendern. Ja, sieht doch gut aus. Können wir so hochladen. Einmal kurz ins Kino. Das Video können wir nochmal kurz hier mitbewerben, weil es ist leider schon länger draußen jetzt. So, jetzt ziehen wir uns mal wieder um. Also, wir nehmen wieder keinen Hut. Ach du Scheiße. So. Ach, wie süß. Was haben wir denn hier alles? Das ist ja geil. Das ist ja echt niedlich. So, ein bisschen sportlich. Wir haben mittlerweile echt viele Tops. Ja, doch mal ein bisschen anders. Laufen wir mal ein wenig anders rum. Hm. Ich find das gut. Das passt doch super zusammen. So, haben wir jetzt mal andere Schuhe. Was? Ne, passt irgendwie nicht so. Sandalen. Wir nehmen Sandalen. So, Brille haben wir keine. Zack. Das Halztuch, das Rote ist an. Zum Event gehen. Und los geht's. Ach so. Äh, Kommentare. Akzeptieren. Und fett bewerben. Äh, bewerben. So, Matti, wo bist du? Ach, scheiße. Alle tanzen. Ich muss gleich, nachdem das Video oben ist, einfach mal, ähm, leider Pause machen. Oh, ein Interview. Endlich. Wir können ein Interview aufnehmen. Haben wir das schon ewig nicht mehr machen können? Äh, schon mal im Spontag im Hintergrund schreien. Naja, okay. So, dann das. Es gehen jetzt echt die Punkte flöten. Was soll's? Wir sind nicht ausgeschlafen. Wir hätten vorher noch schlafen müssen. Aber dann hätten wir nachher die Anfrage verpasst dafür. Und egal, somit machen wir ein kleines, kleines Interview-Video. Mit Liliana, die uns irgendwie den Kopf abbeißen will. Ja, wenn das Video zu Hause aufgenommen ist. So, zack. Und einmal Foto für die Presse. Tür steht ja. Das ist genug. Ja, supi. Ach klar, wir werden es jetzt so machen. Ich werde mich jetzt im Kinosaal hinsetzen, ja. Und während der Film läuft, werde ich mal Pause machen und gucken, ob es ein Workaround gibt, weil es ist echt ätzend. Ja, ich weiß, wir können uns einfach hier hinsetzen. Hier ist genug Platz. Super viel Platz. Na komm. Na komm. Na komm. Hier einmal reden. Die beiden sind super glücklich. Alles klar. Mitty ist, naja, zu Hause können wir jetzt eh nicht gerade draufklicken. Dann werde ich jetzt einmal kurz cutten und wir sehen uns gleich in der Bude wieder. Bis gleich. Okay, liebe Leute. Es ist momentan einfach ein Bug. Ich komme bald zurück. Ähm, alle gehen nach Hause, sind müde, weil sie den ganzen Tag getanzt haben. Das ist natürlich etwas schwierig. Ja, okay. Dann, ähm, nicht rausrennen. Nicht rausrennen. Wo ist denn Liliana eigentlich? Ich zeige jetzt das Ergebnis an. Okay. Ja, wir brauchen da ein besseres Video. Nikolas, warte, warte, warte. Nicht tanzen. Ach, Scheibenkleister. So, wir können ihm auch nicht sagen, er soll aufhören zu tanzen. Aber er kommt nach Hause und er tanzt auch einfach weiter. Ich muss leider einfach jetzt einmal reloaden. Jetzt momentan lädt das Video hoch. Ich glaube, das Problem ist, wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt reloade, dann ist das Video weg, oder? Okay, Leute. Einmal kurz. Ja, ich bin zurück. Was machst du so? Äh, beenden. Mh, wird automatisch gespeichert. Mal gucken, ob unsere Videos jetzt weg sind. Fortsetzen. Oder ob das, ah, nein, es läuft noch weiter. Okay, das ist gut. So, Video aufnehmen. Du darfst an deinem PC ein, ähm, Gameplay dazu machen. Video starten. Äh, an deinem Arbeitsplatz 2. So, fortsetzen. Äh, 4K-Auflösung. Mach mal vielleicht was Bestes draus. Ähm, vielleicht damit. So. Und hier, Mono-Ausgabe. Los geht's. So. Da, du nimmst jetzt auch ein... Äh, 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 äh. Video aufnehmen. So, du kannst auch ein, äh, Gameplay-Video davon aufnehmen. Je mehr umso besser starten wir das Ganze mal. Und zwar an Rechner 3. So, Rechner 3, Rechner 3, Rechner 3. Mono-Ausgabe fortsetzen. Ja, Gameplay. So, und Matti? Warum nicht? Auch ein Video. An Arbeitsplatz 4. Solange wir jetzt vier Videos machen. Ähm, sollte das Ganze gut ausgehen. Sie kann auf jeden Fall, ähm, ein Gameplay von machen. Klar war's auch sonst. Denn die Review und so müssen die das Spiel ja erstmal kennen. Und so weiter. Und Arbeitsplatz 4. So, den Rest ist nur so eingestellt. Und sieht auch gut aus. So, und wir machen das Gleiche natürlich auch. Erstmal Küsschen geben. Dann erst einmal Geschenk geben. Und Gemeinschaftsprojekt aufnehmen. Und zwar hiervon. Hehe. Geschenk. Mal gucken, wie viel kostet in der Blumenstrauß. An Arbeitsplatz 1 hat gar nichts gekostet. Sehr schön. Für uns zur Zeit die Stereo-Ausgabe. Okay. Sehr schön. Alle arbeiten. Alle sind beschäftigt. Läuft. Och nein. Ich hab vergessen. Oh, ich hätte schlafen gehen müssen. Ah. Mist, Mist. Wieder mal. Wieder mal. Egal. Hauen wir das Beste raus, was geht. Dann machen wir jetzt ein paar gute Ausschnitte einfach. So, den noch rein. Dann haben wir gleich schon alles voll und haben trotzdem ein paar gute Ausschnitte gemacht. So. Ähm. Davon brauchen wir noch. Ich weiß, ich falle die Abonnenten. Ich muss weitermachen. Ah. Unlustig. Hm. Was soll's. So, da haben wir eine fröhliche Äußerung. Die können wir auch reinhämmern. Oh nein. Der PC geht kaputt. Und schön. Der FX. Ja. Perfekt. Oh. Und damit haben wir alles fertig. Ähm. Bestell etwas bei einem Publisher. Wir würden noch einen Nintendo freuen, wenn du ein Gameplay-Video machen würdest. Okay. Ähm. Gameplay-Video. Nontindo. Eine, 1000 gibt's dafür. Oh yeah. Die guten Sachen da jetzt reinhämmern. Das müssen wir auch noch verarbeiten. Das auf jeden Fall. So. Ähm. Ja, klar. Super. Sieht doch gut aus. Bis auf, dass wir halt viel, viel mehr überall reinhämmern müssen. So. Das da noch rein. Wir brauchen hier noch etwas. Und wir können natürlich noch etwas da reinhauen. Damit alles gut aussieht. Ja. 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 Und das war's. Rendern. Perfekt. Wir werden den Auftrag zuschicken. Und hochladen. Und reparieren lassen. So. Wie schaut's aus? Gemeinschaftsprojekt. Zeige das Videoergebnis an. Läuft. Hochladen. Nächster. Wo ist dein Videoergebnis? Zeige Videoergebnis an. Und hochladen. Und wo bist du? Äh. Ach, okay. Tanzen. Zeige die Ergebnisse an. Hochladen. So. Das läuft. Ähm. Matti. Oh nein. Zu spät. Können wir vielleicht sagen, sie soll einen Kurs belegen. Gucken wir mal, ob das geht. Vielleicht geht das ja doch, wenn wir ihr sagen, belegt mal einfach den Tageskurs. Ja, nice. Wir können sie dann wegschicken. Und du legst dich jetzt mal schlafen. Perfekt. Und danach kannst du was essen. So. Bewerben. Zack. Hardcore bewerben jetzt. Egal. Passt schon. Hardcore bewerben. Uh, das war alles sehr teuer. Wir haben einen Skillpunkt. Nice. Tja. Wir haben bald alles ausgeskillt. Was sollen wir machen, ne? Ähm. M-m-m-m. Pizza. Zusammenarbeit. Video aufnehmen. Gemeinschaft. Ah, okay. Sie müssen nur aufhören zu tanzen. Danach läuft das dann wieder. So, vielleicht machst du jetzt einfach mal, hm, ne Review. Warte mal, quatsch, falsches Spiel. Oder du könntest natürlich jetzt ein Gameplay davon machen. Auf der Nintendo zieh. Ja, sehr schön. Du gehst bitte an Arbeitsplatz 2. Ups, halt, Moment. Da muss was geändert werden. So, mach das Beste draus. Los geht's. So. Wir sind soweit, dass wir auch weitermachen können. Äh, wo ist denn... Ach, der steht hier rum. Sehr schön. Du kannst mal jetzt, nachdem wir ein paar Dings machen, da von der Review machen. So. Und zwar an deinem PC. Arbeitsplatz 3. T-t-t-t-t-t-t. Starten. So, und Claudia steht hier. Jemand ruft an. Hallo, mein Name ist Isabel und ich rufe wegen einer Bankangelegenheit an. Wir müssen gerne eine Verbraucherkarte anbieten, womit sie 1000 Rabatte bekommen. Wenn sie spiel... Bla, 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 bla. Lass sie reden. So, das ist die bla, bla, bla. Okay, das hatten wir schon mal. Gemeinschaftsvideo aufnehmen, Zusammenarbeit. Nein. Kursansehen war das, ne? Zack. Sehr schön. Okay, somit haben wir zumindest irgendwie was tun können. Und du kannst auch hier noch irgendwas aufnehmen, wie ein Walkthrough vielleicht mal. Das ist mal was ganz Neues. Video starten an Arbeitsplatz 4. Und wir gehen jetzt wieder an Arbeitsplatz 1. Also Liliana und ich. Äh, Gemeinschaftsprojekt aufnehmen. Zack. Vielleicht können wir ja hier, na, das ist ja... Ich weiß nicht, das ist gerade vielleicht total im Kommen. An Arbeitsplatz 1. Zack, los geht's. Ah, die bringen gerade nicht mehr ganz so viel Geld ein, die Videos. 9000 haben wir Ausgaben. Oh man. So. Ich habe keine Ahnung, wie wir das schaffen. Die Mitarbeiter sind echt teuer. Zack. Und da haben wir nichts, also passt schon irgendwas rein. Da haben wir aber was. Und damit sind wir gleich schon durch und haben gleich keine Karten mehr. Aber noch passt alles ganz gut. Äh, außer das hier. Äh, äh. Ein Highscore geschlagen. Da machen wir einen singenden Kommentar. Passt natürlich nicht, hatten wir schon mal. Ähm, aber das war's jetzt eh. Ähm. Ähm. Ja, Geld verdienen. Akzeptieren wir. Zeig Videoergebnisse an. Hochladen. Oh, klar. Ich muss jetzt nur noch das Video hier schnell fertig machen. Äh, so. Das können wir da reintun. Dann müssen wir noch... Ah, das brauchen wir auf jeden Fall noch. Hm, kommt aufs selbe hinaus. Alles klar. Das wird nicht besser dadurch. Naja. Okay, passt schon. Krass. Äh. Das da definitiv. Das da definitiv. Das da definitiv. Okay. Und das da. Warum nicht? Rendern. Juhu, eine Überraschung. Hochladen. Bewerben. Wir versuchen es mal mit Hashtags. Das ist nicht ganz so teuer. Muss man ja einfach sagen, wie es ist. Na, ich will das lösen. Wegen den Copyrights. Äh. Ah, Strafe zahlen. So, Moment. Er hat ja... Äh, wie die... Hochladen. Ach nein. Mist, wir haben es verpasst, oder? Mist. Scheiße. Scheiße, scheiße. Äh. Nur weil wir das Falsche gemacht haben. Metti, was... Wie sieht es bei dir aus? Puh. Wird ganz schön stressig, so lang soll das ganze Leben. Was haben wir da? Öffnen wir mal. Ach, ein Geschenk. Wie geil. Wasser-Dings. Und das da. Schlafen. Was machen die hier alle? Video aufnehmen. Tja, dann halt weiter. Wie schaut es da damit aus? Das steigt immer noch. Das hier ist halt... So, wir haben davon jetzt alles. Wir haben... ...vielleicht noch ein Gameplay. Zack. Auf Rechner 2. Dann... Ach, er tanzt gerade. Das ist ungünstig. Video aufnehmen. So, zack. Noch ein Walkthrough vielleicht. Zack. An Rechner 3. Plus Rechner 3. Fortsetzen. Jupp. Okay. So, und wir können doch jetzt bestimmt immer noch... Wir können kein Gemeinschaftsprojekt aufnehmen. Was geht ab? Ach so, weil es hier wahrscheinlich gerade geht. So, hochladen. So lange geht es dann an die nächsten Abonnenten dran. Wie schaut es eigentlich mit unserem YouTuber-Netzwerk aus? Ach so, wir sind ja aktuell in keinem. Wir könnten einem beitreten am nächsten Monat. Eboni Velvet haben wir ja jetzt schon. Wartet mal, wo ist es denn? Ach, jetzt tanzt er hier weiter. Schade. Geh mal einen Kurs belegen. Dann hörst du wieder auf zu tanzen. Das haben wir... Oh, das steigt immer mehr. Da müssen wir jetzt definitiv was machen. Vielleicht noch ein Gameplay eben kurz. Solange Liliana nicht da ist. An Rechner 1. Alles voll hoch. Tüt, tüt, tüt. Und los. So. So. Ach so, jetzt wird es natürlich etwas schwieriger, weil... Warum gucken wir eigentlich immer so böse beim Spielen? Noch passen die Karten alle? Da passt es nicht mehr. Okay. Geht noch. So. Da ist jetzt eh gleich Ende. Okay. Da können wir jetzt auch nichts mehr großartig machen. So, noch den hier rein. Und dann war es jetzt eh mit unseren Karten. Da haben wir keine mehr für. So. Komm, bearbeiten. Das ist auch ein gutes. Dann... Egal, das will ich ja irgendwo unterbringen. Ja, ja. So ist okay. So, Ton verbessern. Und Ende. So. Kurs ansehen. Auch wenn sie gerade tanzt, das Videoergebnis können wir uns ja angucken. Und wo bist du? Du kannst hier. Ergebnis können wir uns auch angucken. Hochladen. So, und wir müssen mal einfach gucken, was ist denn an neuen Spielen rausgekommen. So kann man ja, wurde von DALF PC veröffentlicht. Geil. Einkaufen. Neuveröffentlichung. So. Äh, Playstation, bla bla bla. Hä, wo ist es denn? Für den DALF PC. Da ist es doch. Alles klar. Das steigt. Trendet soweit. Können wir kaufen. Und los geht's. So, werben. Zack. Werben. Zack. Werben. Zack. Okay. So, Spiel kommt heute an. Wir gehen so lang. Schnell einmal schlafen. Du könntest auch gerne nochmal ein Video aufnehmen. Wobei... Na. Wir lassen sie mal machen, was sie wollen. Sie wollen wahrscheinlich immer noch rumtanzen. Essen wir was. Wo ist Liliana? Ah, da. So. Äh. Hamburger dürfte reichen. Ein Gemeinschaft prägt. Das neue Spiel. Für den DALF PC. Zack. Jetzt, jetzt, jetzt. Ah, müsst. Für unseren Arbeitsplatz. Genau. Aber dafür will wir ein Gemeinschafts machen. Stereo. So, lassen wir die anderen einfach mal tanzen. Geld kommt rein. Das ist ja auch ganz okay. Wir schaffen es zumindest momentan, unsere Miete zu bezahlen. Allen drum und dran. Das ist ja wirklich das Wichtigste. Los geht's. So, schnell mal eben durchklicken, alles. Jetzt kommt ein... Haben wir nicht. Da... Du hast eine schlechte Entscheidung gefällt. Oder dein ganzes Geld verloren. Vielleicht wütende Kritik. Ja, passt. Perfekt. Ernster Kommentar. Ähm. Da im Hintergrund geht's voll ab. So. Das da. Bis jetzt passen alle Karten noch aufeinander. Hm? Naja, müssen wir wieder in die Tasche greifen. Okay, das war's. Die anderen lassen wir einfach jetzt mal tanzen. Sollen sie tanzen. Okay. Äh, das muss definitiv hier rein. Das dann da. So. Aber das brauchen wir auch irgendwo noch. Äh, okay. Eigentlich bräuchten wir auch das da. Tja. Ja, ja. Da ist ein neues Spiel rausgekommen. Ach, wir brauchen ein Spiel exklusiv. Ja, okay, komm. Das finden wir dann für den Dalt-PC. Nehmen wir einfach das mal an. Und diesmal müssen wir wirklich darauf achten, dass wir das auch tun. Ähm. Fertig rennen dann schnell. Zack, das da rein. Da muss immer noch was am Sound gemacht werden. Dann müssen wir hier was da rein tun. So. Wir können dann auch noch davon ein bisschen reinhämmern. Und fertig. So. Oh, nice. Gut, liebe Leute. Wir machen dann aber für heute Feierabend. Es war schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Jetzt haben wir doch wieder ein bisschen Überlängen gemacht. Und es ist noch so viel zu tun, bis wir unsere Abonnenten erreicht haben. Ja. Und, ähm, damit wir endlich ins Weltall umziehen können. Der Traum eines jeden YouTubers. Danke fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge.